Okay, auf geht's. Wir schleichen hier mal weiter, wo wir aufgehört haben, um zu schleichen. Und finden Tische mit Chaurus-Eiern. Okay, und wo Chaurus-Eier sind, sind manchmal auch Chaurus-Tierchen. Das sind so lustige Käferchen, die Gift spucken, da kommen wir glaube ich her, und übel schwer tot zu machen sind, weil die einen richtig fetten Panzer haben und die ihr relativ effektiv und schmerzhaft rumbeißen können. Also kurz sind Tierchen, denen man eigentlich nicht unbedingt über den Weg laufen möchte. Oh, das hätte uns auch gehen können. So, nehmen wir mal alles mit. Okay, das ist nur Fahnen und kein Chaurus. Ach ja, schleich, 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 schleich. Okay. Ach, warum muss das hier so nebelig sein? Oh Gott, wo ist der hingesprungen? Okay. Okay. Geh weg. So. Ach Gott, Dunkelheit. Und der zweite. Okay. Und weiter geht's. Hm, haben sie sich eine Ziege geschlachtet? Ja, okay, ich hab's befürchtet. Falmer sind nämlich ganz lustig, die halten sich nämlich mal ganz gerne total niedliche Haustiere, wie zum Beispiel, naja, Chaurus. Das erhärtet also die Indizienlage. Gut, entsprechend schleiche ich am besten weiter, weil die Viecher echt böse sind. Na ja, hier ist schon wieder so ein Ding. Dann wird's sich wohl nicht vermeiden lassen, dass man denen über den Weg läuft. Ja, 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 ja. Da ist er. Okay, wie man schon gerade gesehen hat. Aber wenn ich ihn jetzt schon geschwächt habe, dann möchte ich ihn auch bitte gleich töten können. Oh Gott, du Stück Scheiße, du. Ja, wie man sieht, hasse ich diese Dinger und sie machen mich aggressiv. Oh, fuck. Das ist nicht lustig. Nicht lustig. Nein, nein, nein. Gar, gar nicht lustig. Angeblich bin ich entdeckt. Warum kommt er nicht weiter? Du bist nur ein Tier, du kannst nicht taktisch denken. Nee. Also. Manche können das ja vielleicht schon, aber das hier sind auch noch nur Kriechtiere. Ja, lauf wieder weg, klar, deine Mutter. Ja. Gut, wenigstens kriege ich Bogenschützenpunkte. Nur einer ist hier noch am Leben. Irgendwo. Vielleicht. Gott, wer bist du? Oh ja, klar, ein Blutopfer, natürlich. Ich bin für jeden Spaß zu haben. Oh Gott. Okay, warte mal. Das geht ja gar nicht. Okay. Ach so, ich kann ja sowieso auch so schon schreien. Gut. So, wunderbar. Meine Fresse. Kann es sein, das ist zufällig, dieser komische Blitzzauber. Ich glaube, es war dieser komische Blitzzauber, den ich da in der Höhle um seine Schätze beschissen habe. Okay. Wir schleichen. Und schleichen und schleichen. Und schleichen. Und schleichen und schleichen, das ist zufällig, dieser komische Blitzzauber. Okay, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Und stehen plötzlich vor einer super krass konstruierten Tür. Mitten in so einer komischen Gammelhöhle. Mit Gammelkäfern. Ist ja awesome. Ich bin total begeistert. Warte mal. Aha. Das ist das Individuum, welches wir zu töten gedenken. Und es ist ziemlich stark und wir sollten vielleicht mal Stoff zu uns nehmen. Warum bin ich jetzt aufgestiegen? Nur weil ich eine Potion gesoffen habe? Ja, das passiert, wenn man sich direkt vor mir... Oh, okay. Direkt vor mir stehend heilt. Wollen wir zurückhaben? Hm, das sah viel cooler aus, als es irgendwie ist. Wenn man sich so... Was ist das? Ah, okay. Nichts freundliches. Okay, und nichts besonders Schwaches auch noch. Hm. Aber es läuft wieder weg. Na klar. Ist das einfach die Nebelmaschine, die hier die ganze Zeit rumdingst? Meine Fresse. Muss aber echt nicht sein. Gut, bessere Sichtverhältnisse haben noch nie geschadet. Aber glücklicherweise ist der zu riesig und kann nicht durch diese Höhle durch. Das gefällt mir natürlich. Okay, wunderbar. Wunderbar. Glaspfeile, die kriege ich jetzt schon. Ist ja awesome. Das ist leicht und bringt viel Geld. Schön, schön, nicht schön. Äh, okay. Ja, das lief doch relativ gut. Der ist Dinge etwa zusammengebaut hier. Farmer Sword. Mal gucken, ich gucke hier nochmal in sein Leuchtezelt. Was ist das? Lagerfeuer. Sieht doch meistens noch so einen Hinterausgang. Da war doch was. Da ist ja so eine Hintertür hier. Ja, wunderbar. Und weiter geht's. Waren wir hier schon mal? Und... Ach, na komm. Hier wird's ja irgendwie hochgehen, oder? Ja, hier. Ah ja, ich erinnere mich doch. Cool. Ja. Ja, ich würde jetzt mal sagen, ähm, dann werden wir mal zurückgehen, wo wir herkommen. Äh, dahin, wo wir herkommen. Ähm... Yes. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Naja, und jetzt, da wir soweit gekommen sind, drücke ich erstmal hier gleich den Pauseknopf. Also bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.